Fieber ist ein Zustand erhöhter Körpertemperatur mit unterschiedlichen Auslösern. Im Rettungsdienst werden entweder Ohrthermometer oder digitale Thermometer, die unter die Zunge, also sublingual gelegt werden, verwendet. Andere Messstellen sind Rektal im After, Inguinal in der Leiste oder Axilar in der Achselhöhle. Die rektale Messung kommt der Körperkerntemperatur am nächsten. Der Patient ist über die bevorstehenden Maßnahmen zu informieren. Die normale Körpertemperatur des Menschen liegt bei 36,0 bis 37,0 Grad.